Darf ich meinen Mann so lange überreden, bis er mir etwas erlaubt, ohne richtig zu sagen? Nein, das sollst du nicht machen. Du solltest nicht zu denjenigen von Frauen gehören. Darf ich? Darf ich? Und wenn nicht, dann will ich trotzdem. Diese Frauen sollen die Tage zählen, bis sie geschieden werden. Natürlich mag das kein Mann. Ich meine, wozu ist er auch dein Mann? Sagt man, darf ich keine Meinung haben? Sagt doch keiner. Aber es geht darum, wenn du einen Mann hast, der Allah fürchtet und der gerecht ist, dann hat er auch natürlich die entsprechende Weisheit, warum er dir das oder das verbietet. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Schwester will zum Beispiel bei Facebook rein oder bei irgendeinem soziales Netzwerk. Jetzt der Mann sagt dir nein. Weiß der Mann, was er ihr sagt? Ja oder nein? Weiß er das? Natürlich weiß er das. Deswegen verbietet er ihr das, damit sie nicht in Fitna fällt. Und eine Frau, die etwas von ihrem Mann hält, sollte eigentlich dankbar sein, dass ihr Mann ihr zu etwas Gutem geraten hat. Weil natürlich, der Mann ist manchmal weitsichtiger. Nicht immer. Aber manchmal ist er weitsichtiger. Und vor allen Dingen, wenn wir über praktizierende Geschwister reden, Brüder, die Allah fürchten und die auch wissen, was es bedeutet, eine Familie zu führen mit Barmherzigkeit. Aber natürlich, wenn er ihr sagt, das machst du nicht, dann sollte sie das nicht machen. Dann sollte sie das nicht machen. In einer Überlieferung sagte der Prophet, zu einer Frau, dein Mann ist dein Paradies oder dein Höllenfeuer. Dein Mann ist dein Paradies oder dein Höllenfeuer. Das heißt, aufpassen. Naam. Und natürlich reden wir über Männer, die auch gerecht sind. Nicht Männer, die aus Spaß irgendwelchen Frauen alles verbieten, nur damit er sich zeigt, er ist der Mann. Über diese Männer reden wir nicht. Wir reden über Leute, die Allah fürchten. Und we'll love.